Das ist Eyeliner, aber wir machen einen in Grün. Jetzt noch Mascara und dann komme ich erst mal zu den Augenbrauen. Okay, nein, ich habe doch mit den Lippenbaden gemacht. Die werden aber auch rot, wie meine Augenbrauen. Jetzt kommen die Augenbrauen. Den Rest mache ich jetzt hinter der Kamera. Das ist jetzt der fertige Look. Krass, ich liebe diesen Make-up-Look. Und ich liebe rote Haare. Ich bin echt so kurz davor. Aber sie wird niemals so aussehen, deswegen bleibe ich doch lieber bei Wigs. Wie gefällt euch der Make-up-Look zu Poison Ivy? Ein Bild dazu gibt es bald auf Instagram.